Musik Vergangenes Wochenende war Spielpause in der Landesklasse. Und auch am anstehenden vierten Spieltag wartet wieder ein Derby. Die Fußball-Landesklasse West wird präsentiert von Sternquell. Sternquell-Pilz und Sternquell-Spezial. Die legendären Biere aus unserer Heimat. Sternquell des Vogtlands. Heimat inklusive. Die Lok aus Zwickau-Marienthal führt derzeit die Tabelle an. Diese Position will sie auch verteidigen, wenn es am Sonntag zum Westsachsen-Derby in den Sportpark nach Glauchau geht. Empor wird den Klassenprimus nach dem Sieg in Oelsnitz sicher mit breiter Brust empfangen. Nach Chemnitz müssen sowohl Mühltroff als auch Oelsnitz reisen. Der VfB ist beim derzeit letzten IFA Chemnitz zu Gast und könnte mit gleicher Leistung wie bisher durchaus punkten. Oelsnitz muss bereits am Samstag zur Fortuna reisen und will diesmal hinten alles dicht machen, um beim Vorletzten zählbares mit in die Teppichstadt nehmen zu können. Ebenfalls ein Chemnitzer Gegner wartet auf Reichenbach. Am Wasserturm gilt es für den FC gegen den derzeit Zweiten, die Germania, zu bestehen. Heimspiel haben auch die Meraner. Sie treffen im Richard-Hofmann-Stadion auf Tabellennachbarn Concordia Schneeberg und könnten sich mit einem Heimsieg nach oben absetzen. Die Fußballdamen des VfL Wildenfels und des Ebersbrunner SV mussten im Landespokal das Aus quittieren. Sie verloren ihre ersten Hauptrundenspiele gegen Erzgebirge Aue mit 0 zu 6 beziehungsweise Moguno Leipzig mit 0 zu 4. Ins Achtelfinale geschafft haben es die SG Jösnitz, der DFC Westsachsen-Zwickau und der FC Rodebisch. Dabei ergab die Auslosung einen Regionalknaller, man kann sagen den Regionalknaller. Die Jösnitzerinnen empfangen den DFC. Im Landesliga-Duell vergangenes Jahr gingen die Zwickauerinnen in Jösnitz mit einem 10 zu 3 Sieg vom Platz. Nun hoffen die Randplaunerinnen auf den Pokalbonus.